So, Road to Super Bowl hier bei Buschi TV. Der geschätzte Kollege Jan Stecker ist an meiner Seite. Es läuft schon das erste Conference Final und Green Bay macht bisher ein richtig gutes Spiel. In Seattle führt 13 zu 0. Wir wollen ja eigentlich noch tippen, wer kommt in den Super Bowl. Ich habe auf Seattle getippt in der NFC. Ich auch. Warum? Ich bin ja eigentlich ein kleiner Green Bay Fan, aber ich habe gedacht, wenn Rogers verletzt ist, kriegt er das nicht hin. Die Wadenprobleme. Wenn der nicht laufen kann. Aber im Moment, die Offense Line blockt wie Hölle. Und dann haben sie noch einen Fumble gemacht und einen Interception Seattle. Also im Moment läuft alles für sie. Ich bleibe trotzdem bei meinem Clip. Ich bleibe bei den Seahawks. 13 zu 0 ist noch kein Ergebnis. Das kann jederzeit sich ändern. Und dann sind wir ja nachher live drauf mit New England Patriots gegen die Indianapolis Colts. Da habe ich mich ja ganz weit aus dem Fenster gelehnt. Trotz der Klatschen, die sie sich in den Playoffs abgeholt haben gegen New England. Ich auch. Ich glaube an die Sensation, an den jungen, wilden Envulak. Ja, ich auch. Ich mag den. Ich stehe total auf den. Das ist die Zukunft. Der muss ich machen. Ich will auch New England ehrlich gesagt nicht nochmal. Also auch wenn ich jetzt ein paar Patriots Fans verschrecke. Aber ich will die nicht nochmal. Die haben ihre drei Siege eingefahren. Alles gut. Was ist am nächsten Samstag um 12 Uhr am Flughafen München? Wir fliegen nach Phoenix! Yes! Also der Super Bowl 2015. Wir wissen tatsächlich noch nicht, wer dabei ist, wo wir das hier aufnehmen. Haben uns aber festgelegt auf Seattle gegen die Indianapolis Colts. Wahrscheinlich wird es jetzt Green Bay gegen New England. Wie das immer so ist. Wäre gut möglich. Und aus dem Flugzeug und natürlich dann auch von vor Ort in Arizona. Da gibt es jede Menge rund um den Super Bowl 2015. Sogar beim Pro Bowl sind wir schon dabei die Woche davor. Sehr geil. Geiles Wetter. 25 Grad. Alles gut. Herrlich. Der will ja nur Golf spielen. Tschüss. Wir sehen uns.